jetzt testen wir immer die reibkopf knaller von nico sehen und einmal das reibbrett was ich nicht aufbekomme schade okay bis zum nächsten video jetzt hier eine schöne börs rakete . . . . . . . . . Nein, Scheiße! Los, okay Funke, ah, rein den Kopf. Ja, ich habe es gesehen. Haben wir noch einen? Nein, das war der einzige. Schade. 5 vor 12 oder so. Jetzt ist Dynamite zurück. Wie viele nehmen wir? Drei, vier, drei. Die sind schön. Und das ist euch zu viel. Boah, Alter! Boah! 5 Shots. Ja, 5 Shots. Was war das denn? Okay. Oh, oh, sorry. Okay. Boah! Okay, jetzt hier ist das Rope von Pyrobab. Machin! Boah! 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 Ist das so gut, dass weißt du? Ja, ne ist es nicht. Ich glaube nicht. Geil, ist das so schön. Das war das Schatz! Ja, perfekt. Okay, jetzt nochmal ein Big Whopper. Bis zum nächsten Mal.